Was ist das VDI-Trendforum? Und darum erwarte ich auch durch das Trendforum, dass da einfach die Ideen, die dann auch bestehen, auch versachtlicht werden und dann auch einfach besser dargestellt werden, was überhaupt Digitalisierung, dieses große Schlagwort, was dieses wirklich bedeutet. Und wenn Sie keine Zeit haben, dann können Sie natürlich auch digital unterwegs sein und auf den Livestream gehen und sich diese Themen natürlich auch alle anschauen. Vielen Dank.